Guten Tag, Leute! Wir sind hier in den schönen Backstage-Räumen des Amphitheaters und ich glaube, den Mann neben mir muss ich euch nie vorstellen, aber ich mache es trotzdem. Das ist der Herr Kai Hansen. Ja, ich glaube auch. Wie ihr seht, gibt es hier ein schönes Buffet und zwar der Klassiker. Ein klassischer Aftershow-Buffet, eine aufgegessene Banane, eine angetrunkene Flasche Wodka, eine fast leere Flasche Jack Daniels. Wann habt ihr die denn leer gemacht? Das muss die Crew gewesen sein. Aber die steht bei euch immer auf dem Reiter, oder? Ja, auf jeden Fall, klar. Sportart ist immer da. Sehr schön. Ihr habt heute eure erste Show seit drei Jahren gespielt. Wie hat es sich angefühlt? Boah, shaky. Ja, es war echt ein Blindflug. Ohne Soundcheck, einfach so kalt auf die Bühne. Zum Teil mit neuen Leuten in der Crew. Monitor. Es war am Anfang wirklich Kraut und Rüben. Aber egal. Also irgendwie hat man sich so willkommen gefühlt und das hat schon mal sehr geholfen. Die Leute haben, glaube ich, Spaß gehabt und das war am Ende war alles gut irgendwie, ja. Nur, dass ihr die Zugabe nicht spielen konntet. Ja gut, okay. Naja, wir haben ja vorher zu viel Zeit versappelt. Eben. Nächstes Mal weniger quatschen. Ja genau, richtig. Mehr spielen. Alles klar. Aber war trotzdem sehr schön. Ihr habt einen neuen in der Band, wobei er jetzt nicht mehr so neu ist, aber für viele Leute noch neu, weil es jetzt halt das erste Konzert seit drei Jahren war. Das stimmt, ja. Ich glaube aber, viele Leute haben immer noch nicht so ganz den Grund kapiert oder gar nicht mitbekommen. Ja überhaupt, also da wird halt viel drüber spekuliert und so weiter und so richtig, also da gibt es so viele Vermutungen, um das jetzt mal so ganz klar auf den Punkt zu bringen. Also, ich habe einfach festgestellt, dass ich so eine Headline-Show, dass mir das einfach A, nicht so viel Spaß macht, irgendwie die ganze Zeit an diesen blöden Mikrofon zu kleben. B, dass meine Stimme auch echt nicht dafür geschaffen ist, so ein Sängerknabe zu sein irgendwie, weil ich zu viel Rock'n'Roll mache eigentlich. Oder, ja, es geht, aber ich fühle mich irgendwie eingeengt dadurch. Also es ist halt einfach so zu viel, so in allen Richtungen. Und das ist halt auch wirklich aus der Not entstanden. Es gab halt eine Tour, da war ich auch echt angeschlagen irgendwie. Und da haben wir halt Leute dazu geholt, die uns so ein bisschen ausgeholfen haben. Und Frank war halt einer davon, den hat Dirk irgendwie von früher noch gekannt. Und ich fand den von vornherein so super passend irgendwie zur Band, so vom Stimmcharakter und vom Typ her, dass wir uns dann einfach entschlossen haben, okay, bei der nächsten Tour ist er ab jetzt. Er ist einfach festes Mitglied jetzt. Und seitdem habe ich irgendwie einfach ein bisschen mehr Freiraum, mich auf der Bühne zu bewegen. Ich kann halt auch Vollgas geben beim Singen, irgendwie muss mich nicht irgendwie so kontrollieren und einschränken und so weiter. Und so teilen wir uns den Gesang so mehr oder weniger 50-50 auf. Und so soll es auch weitergehen. Also wenn wir auch ein Album machen, dann wird auch Frank mitsingen. Also dann werden wir auch einfach vier, zwei Sänger. Also stell dir einfach so System of a Down in Classic Metal vor. Das sind wir dann jetzt so. Ja, eure Pause war ja auch bedingt dadurch, dass du mit Halloween jetzt viel gemacht hast. Waren die anderen da eigentlich begeistert von oder gab es da auch ein bisschen Knall? Natürlich waren die überhaupt nicht begeistert davon. Also die haben das alle verstanden und akzeptiert, aber natürlich mit einem weinenden Auge. Und das ist ja keine Frage irgendwie. Da fehlt natürlich irgendwie auch so ein bisschen das Brot irgendwie und einfach die Beschäftigung. Mir tat das auch irgendwie leid, aber ich kann mich halt auch nicht zerreißen. Also letztendlich bin ich nur einer, kann mich nicht einfach mal klonen und musste mich entscheiden. Und diese Halloween-Nummer, das musste ich einfach machen. Und es wird auch weitergehen mit Halloween. Also so ist es nicht. Und Gamma Re ist dabei so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Leider, aber wie gesagt, bin nur einer. Und Halloween ist für mich irgendwie wichtig, weil sich da eben der Kreis schließt. Früher, also wo ich mit angefangen habe und wo ich auch mit weitermache jetzt. Trotzdem möchte ich Gamma Re, und das habe ich von vornherein gesagt, also ich möchte das Ding nicht einfach sterben lassen jetzt so. Ich möchte, dass die Band irgendwie weiter Gigs macht und dass wir auch weiter versuchen, irgendwann ein Album zu machen, wenn die Luft da ist. Und okay, das wird natürlich nicht mehr so aktiv sein, wie es halt war. Aber wir werden weitermachen, ja. Und spricht Zukunftspläne jetzt aber erstmal ein Halloween-Album? Richtig, genau, ja. Das ist halt so in der Mache. Wir sind alle im Song schreiben und aussortieren. Und das wird so im Laufe dieses Jahres noch fertiggestellt werden und irgendwann nächstes Jahr veröffentlicht. Und dann geht es natürlich wieder auf große Tour. Hurra, hurra. Und dann wieder mit ordentlich Jack Daniels am Start. Ja, also eingeschränkt, ne. Also es ist nicht mehr so wie früher. Aber es ist immer noch genug. Ein gutes Schlusswort. Metal on. Und dann geht es noch mal.